ZDF, präsentiert von Carolin Reiber. Guten Abend. Vor kurzem habe ich mich mit einem sehr sympathischen Sportstudenten unterhalten. Das heißt, Musikstudent war ein Sportstudent. Er hat sich auf jeden Fall sein Geld als Taxifahrer verdient. Und wir haben so ein bisschen darüber geredet, wie eigentlich das Nachtleben in unseren deutschen Städten ist. Und da seufzt der und meint, ach, hören Sie doch auf. Hier in München werden die Gehsteige um 22 Uhr hochgeklappt. Aber in Köln, da gehen Sie um die Zeit erst runter. Und das scheint so zu sein, denn unsere nächsten Künstler, die kommen auch aus Köln. In dieser Formation drehen Sie zum ersten Mal übrigens im Fernsehen auf. Und Sie bringen uns jetzt ein sehr einfühlendes, feinfühlendes Lied. Freuen Sie sich auf den Junge mit dem Titel, was kostet das Leben? Und das klingt auf Kölsch so. Und das klingt auf Kölsch so. Und das klingt auf Kölsch so. Doch sonst, da geht es dir doch ja nicht schlecht. Was kostet Leben? Und das klingt auf Kölsch so. 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 Und das klingt auf Kölsch so.